Herzlich Willkommen an mir Ich bin keiner der viele abat, sondern seine Gegner Gleich massakiert Ey sorry, aber was soll das denn hier? Nur weggespaßlich von dem keiner was kapiert Ey, was da bei dieser BCS? Irgendwas zu unserem Vater Und vermutlich, dass er gerne an Schwänzen weckt Sorry, ich weiß, ich bin kein Rap-Cott Doch vermutlich derjenige, der dich in der Vorrunde wegkommt Wie geht ihr mit dem Headshot? Geht ihr wissen, hier nicht in nem Schutter wie bei Blackshot? Ich werfe dich in die Schale, Kellogs, ah Shit, das ist die Realität Also setz deine Realität auf die Mentalität Und verstecke deine Identität Du siehst es für dich hier leider zu spät